Was ist das beliebteste Spiel auf der ganzen Welt? Das meistgespielteste. Schere, Stein, Papier. Zählst du das als richtiges Spiel? Ja, du bist wirklich bescheuert. Ja, gibt es Weltmeisterschaften im Coinflip. Aber ich glaube, das gibt es auch in Asien. Jeder kennt es. In Westeuropa wird übrigens mehr Dota 2 als LoL gespielt, angeblich. Ja, hast du Computerspiel eingegeben? Nein, ich habe nur meistgespielte Sport der Welt. Was ist denn mit Ingame? Geh doch rein. Was ist das für ein Problem? Ja, zweiter. Yahoo. Ob ich mich auf eine Yahoo-Antwort verlassen würde? Fußball. Taschenbillard. Ja. Weil sich jeder einen Billardtisch leisten kann. Alter. Das ist ein Witz, oder? Das hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Jetzt fühle ich mich ziemlich dumm, ehrlich gesagt. He thought that Taschenbillard. No Taschenbillard, right? He thought about real pool, like, and not everyone can have a table. So, that's what he said. Oh, geil, Mario. Das war ein dicker. Dicker, nee. Das war noch besser als... Deckard Cain? Ich habe StarCraft Company nie gespielt. Also, ich bin froh, dass wir in Ingame sind. Sehr gut, Mario. Ist er sich auch so warm gerade, irgendwie? Der Chuck, he spilt E-Mail Reaper. Ja. Gute Bild. Ja. Oh, Nexus first. Können wir kurz meinen Sound abgreifen? Nur meinen Sound? Kann ich die Bestätigung bekommen? Soll ich nochmal den Satz wiederholen? Soll ich nochmal den... Soll ich nochmal den Satz wiederholen? Damit's auch vom Timing her passt. Was ist hinter Tor 3? Der Zong! You know that, Cap? Der Zong is like... Er kann's nicht hören, er kann head it off. Ah, right. Fuck. Das war aber auch ein Fail, ey. Was glaubst du, wie viele Probes kann er killen? Ja. Ich habe immer noch ausgedrückt. Das war aber auch ein Halbード. Ich habe einen Malen, die ihr da zu uns- ...